Wir sind Steffi Denk und die Flexible Friends, heute in einer großen Besetzung dem Flexible Friends Orchestra. Man sieht es hinter uns schon leicht. Wir haben zum 20-jährigen Jubiläum ein wunderschönes Attribute to Ella Fitzgerald vorbereitet. Wir spielen Nelson Riddle Arrangements. Nelson Riddle hat sehr viel arrangiert für Frank Sinatra und eben auch für Ella Fitzgerald. Und für die hat es speziell Arrangements mit Streichern und Bläsern und natürlich der Rhythmusgruppe arrangiert und die werden wir heute Abend zum Besten geben. Es wird ein bisschen Hollywood Flair, ein bisschen Las Vegas und Palazzo Flair sein. I want my arms above you. Don't be a naughty baby. Come to Mama, come to Mama, come to Mama, be my sweet embrace above you. Untertitelung des ZDF, 2020